Einen wunderschönen guten Tag, liebe Topfgucker. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Linde. Stammgemäß in der Linde, mein Name ist Frank Liemann und habe für Sie wieder ein tolles Rezept mitgebracht. Jetzt in diese Jahreszeit, gesunde Küche, passt natürlich sehr gut Fisch. Nicht der hinter mir im Aquarium. Es gibt frischen Reutbarsch aus den Moorwegenfjord. Mit einem ganz tollen Rezept, einer Soße, die im Kontrast zum Fisch steht, aber sehr schmackhaft. Tja, liebe Topfgucker, bevor wir zum eigentlichen Kochen kommen, eine kleine Preisfrage für Sie hinter mir. Das Aquarium. Schätzen Sie mal, wie viel wiegt das? Die Rückwand ist zwei Meter lang. Die Cleveren rechnen sich jetzt aus, was es wiegt. Und die noch Cleveren kommen in der Linde vorbei und fragen, was es zu Gewinn gibt. Das sage ich in der Kochsendung. Bis gleich! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de